die wiederum mit einem Starkstromkabel in Verbindung steht. Wie Sie sehen können, stehen die Zeiger momentan auf fünf vor zwölf. Wenn es gleich Mitternacht schlägt, bewirkt ein kleines Federchen den Starkstromkontakt. Und unser beliebtes Detektiv-Trio erlebt am eigenen Leibe, wie sich die Delinquenten in Sing Sing fühlen dürften, wenn Sie auf dem vielgepriesenen elektrischen Stuhl so überaus human aus der Gesellschaft entfernt werden. Niederträchtiges Verbrechergesindel! Ja, noch viereinhalb Minuten Zeit für große letzte Worte, die leider ungehört verhalten werden, Mr. Shark. So gern ich mir das Spektakel in Ruhe ansehen würde, wir haben noch einiges zu tun und möchten uns daher empfehlen. Wünsche Ihnen weiterhin viel Vergnügen, meine Herren. Adieu. Wie bist du ihnen in die Hände gefallen, Bill? Der Hotelgast, den ich nach oben bringen sollte, schlug mich nieder. Und ich erwarte in einem Kleiderschrank... William Parker. Also doch. Richtig. Weil St. Tränen, dann kann das überhaupt mal gut gehen spek traumaszusich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017